moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die herausforderung lösen könnt indem ihr euch in der verpackungsfabrik im verpackungsmaterial verstecken müsst und zwar landen wir hierfür bei retail row hier oben da wo auch früher die kleine eichstadt war baut es jetzt ein neues gebäude und das ist die sogenannte verpackungsfabrik leute wie ihr seht mache ich das bei gruppenkeile ist für mich persönlich viel angenehmer da landen auch schon zwei andere wahrscheinlich wollen sie die mission auch machen so das ist sehr sehr leicht leute wirklich man muss einfach nur wissen wo die verpackungsfabrik ist da der erste geht da schon rein alles was sie hierfür tun müsst ihr geht einfach zu irgendeiner verpackung versteckt euch da drinnen und das war's falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein like da abonniert mich und du mein krater code geist auf ehre ich danke euch allen für den support und wir sehen uns im nächsten video ciao